So, hier die nächste Station, das zentrale Hörsaalgebäude, kurz ZHG abgekürzt. In diesem Gebäude finden sich 16 Hörsäle, im Erdgeschoss findet man 11 Hörsäle und im oberen Geschoss noch mal fünf weitere, die unterschiedlich groß sind. Von größtem Hörsaal direkt hinter mir mit über 900 Sitzplätzen bis kleineren Hörsälen, die vielleicht nur 50, 60 Sitzplätze haben. Insgesamt hat das Gebäude ungefähr so 4000 Sitzplätze für Vorlesungen und Seminare, ähnliches, was da veranstaltet werden kann, auch Veranstaltungen und auch, was vor allem zu Beginn des Semesters gern gemacht wird, sind sogenannte ZHG-Partys, wo dann im Foyer zwischen den Hörsälen Bühnen aufgebaut werden, wo dann Partys stattfinden mit verschiedenen DJs und Künstlern und so weiter und so fort.